Sollen wir mal mit ein bisschen... Er haut doch nicht ab, er ist doch unser Freund, Mensch, hat sie das immer noch nicht verstanden. Nein, das... Ich tue natürlich wieder genauso fahren. Ich fahre natürlich richtig perfekt, ja. Keine großen Erschütterungen, ja. Nein, jetzt habe ich... Komm, den Checkpoint schaffen wir noch.